Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Wir haben in der letzten Folge das hier gelernt. Diesen Sprung nochmal in der Luft, um uns ein bisschen besser zu halten oder um Stellen zu erreichen, die wir sonst nicht so gut erreicht hätten, wie das hier beim Hochspringen, was natürlich ein wunderschönes Beispiel ist. Wir werden mal ein bisschen Safe setzen, damit wir nicht nochmal komplett runter müssen. So, das eröffnet uns aber insgesamt. Doch so einige Möglichkeiten an so einiger Stelle. Wenn mich jetzt erstmal hier... Opsa! Ja, das fühlt sich doch ziemlich entspannt an, wie man jetzt hier... Oh nein! Ja, komm, 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 ein Stück zurückkeiten. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Ops, Opsa! Das ist auch ganz wichtig. Energiezelle gefunden. Wir haben jetzt vier Energiezellen. Sprich, wir können da unten öffnen. Wir können da öffnen. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, aber erstmal müssen wir gucken, wo wir überhaupt hier jetzt noch alles hingelangen mit unseren neuen Fähigkeiten. Okay. Ich denke erstmal, ein Safe ist immer gut. Und alle... Okay. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Bom. Bom. Den machen wir auch ein bisschen bummen. Ähm. Ja, wir gehen erstmal unten rein. Also hier links rein. So, wir gehen zur Erfahrung nehmen mal mit. So, wir starten nach rechts. Da kann uns, äh... Oh, okay. Und alle her. Oh. Oh. So. Ich weiß nicht, wozu... Oh, das muss denke ich mal irgendwo hier runter. So. Sammle mich mal alles ein, was hier noch da ist. Auch wenn das hier... Wenn das nur Erfahrung ist, nicht ganz so spektakulär ist. Oh. Guck mal, hätten wir... Wenn wir nicht gestorben, hätten wir diese Erfahrungsknoten nicht bekommen. Ähm. Die warten aber auch gar nicht lang. Okay, will ich einfach hier... Nicht weiß, wie ich das sonst schaffen sollte. Vielleicht können wir hier oben drüber. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es aber auf jeden Fall erstmal hier ausnutzen, was wir können. Ja, nehmen wir die Erfahrung nochmal mit. Hier wird es nämlich nachher weitergehen. Äh. Setzen wir mal hier... ...save point. Damit wir natürlich ganz entspannt... ...gleich... ...nicht so weit müssen. Das ist dann... Okay, das sollten wir wieder runter. Oh, hoppa. Wir gehen als erstes mal hier da runter. Wir haben nicht so viel Dingskristall da. Das ist natürlich jetzt gerade nicht ganz so... Das ist aber ganz nett. Das ist eine Fähigkeit erlangt. Das war genau. na gut dass ich nicht aus versehen noch mal ein alter ein safe gemacht habe brauchen vier dinger das war jetzt ein bisschen aber damit ist ein fähigkeitspunkt das macht schon diese doppelsprung ist schon ziemlich nice gefällt mir auf jeden fall aber sehr freien was wir machen können also einmal hier nächste sache halbiertig kosten für stichflamme eingesammelte vitalität wird verdoppelt schaden automatisch absorbiert ja vitalität verdoppelt macht uns wirklich macht uns einfach entspannter dann immer so natürlich mal speichern so so okay es ist nicht ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt habe diese vier dinger aber null okay ist irgendwo noch mehr von den teilen wir können wir kurz ein bisschen rein looky looky machen versuchen wir eben schnell vier stück zusammen zu kriegen von den einer alter schwede oh ja aua 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 das war nicht sooo toll sooo toll sooo wir sind voll ist gut wenn wir erstmal ausnutzen so wir können das auch mal machen wir müssen uns aber hier noch am meisten anderen gegenstehen wir nachschauen sooo aua aua so jetzt können wir das hier unten machen so ja natürlich klar jetzt müssen wir den anderen erholen den brauchen wir wahrscheinlich unten nur eine Ebene tiefer sooo wo 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 so okay wo 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 gut dass das geklappt hat eine neue energiezelle und noch ein bisschen oh was habe ich denn jetzt gehabt ok ich habe glaube ich erfahrungen gekriegt bin aber aua ich bin mir prozentig sicher weil ich dann einfach nur dachte das wäre ein orangenes erfahrungsbubblechen so haben wir ja alles ausgeschaltet die untereecke erforscht sehr schön dann dann aua aber sooo da geht noch was so ah da wollte ich sogar hin da wir werden erstmal und hier kommen wir her da sooo sooo ja als ob der mich gerade getroffen hat ok ok gehen wir mal wieder hoch ich denke bis auf das eine hier rechts den wir mal mit ne brauchen wir jetzt da unten den tümpel brauchen wir nicht rein das können wir sowieso noch nicht ab so immer noch wieder so oh god oh das wollte ich nicht mal jetzt hier gerade ein bisschen unschön nein oh das wird das wird aber probieren ob das funktioniert ich weiß nicht ob das an der stelle schon so gewollt ist dass man das schafft jawohl und den nehmen wir da mit eine weitere lebenszelle das ist schön die lebenszelle ist immer gut aber das spiel spare ich an dieser stelle jetzt haben wir schon ein bisschen wir sind mal auf dem kasten ja wir sind mal auf dem kasten ja das sieht doch mal eindeutig nach einem wow okay okay ah 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 pf so so das ist ein hartes ding hier gerade also falls wir runterfallen dass wir da schnell darüber kommen sehr schön jetzt kann ein bisschen das ding ist da im weg ja perfekt genau da ganz oben so entspannt hey du okay kann man hier oben auch rechts in die ecke sehr schön Uri öffnete sein Herz mit Güte und Hoffnung erfüllte erfüllte das Ding mal mit auch wenn wir es glaube ich gerade nicht brauchen du hast die Wasserader zurückgewonnen dieser alte Edelstein gewährt dir nun Zugang zum Ginso Baum vergiss nicht das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginso Baum wir werden das Wasser zurückbringen lass uns sofort zurückkehren gehen super da hoch müssen wir ja das ist ja erstmal nur hoch ne spiel gesaved höppala dann können wir es hier eben auch nochmal hier waren wir vorhin ja schon mal zack öffnen wir das schnell nochmal ich denke wir haben hier jetzt ein wenig andere Möglichkeiten okay wir werden auf jeden Fall andersrum dahin gelangen nein okay wir machen es dann aua oh Gott okay aber das machen wir jetzt trotzdem das machen wir noch und eh und dann na gucken wir was dann auch si so passiert die Aua, 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 aua. Za. Za. Ah, da muss ich mich anstrengen. Uah! Nächste Lebensstelle. Check. Und an dieser Stelle mit einem Speikern am Ende. Fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Ich freue mich drauf! Tsch 유!